3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Wie war das mit dem ersten Streit, gleich unten am Kanal? Ich hatte diesen fiesen Kater und musste an die frische Luft. Als wir zur Ölsebrücke rannten, hatten wir noch nicht verstanden, dass Schwimmen ohne nass zu werden ein einsames Geschäft ist. Dann sagtest du, dass du ab jetzt ganz dolle auf uns aufpasst. Genau in diesem Augenblick hab ich mich noch einmal verliebt. Der Bus ist langer Schrott. Aber wir sind noch ein Paar. Gleich hinten im Klamottenschrank liegt noch dein Boi-T-Shirt. Und auch die Muschelkette, die du selbst gemacht hast. Die nehme ich manchmal mit ins Bett. Wenn du nicht da bist, nehm ich sie manchmal mit ins Bett. Musik Untertitelung. BR 2018